Hi, ich heiße Melanie und ich komme aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Innsbruck. Ich habe mich für diese Studienrichtung entschieden, weil ich nebenbei bei einer Zeitung und bei einer Magazin arbeite und ich finde, dass das Studium meine Arbeit perfekt ergänzt. Ich finde es cool, dass das ein Campus-Uni ist und eher klein, weil das macht alles viel persönlicher. Vielen Dank.